Zum Thema Dreisatz, hier ein Beispiel. Ein Auto braucht im Durchschnitt 9 Liter Benzin, um 100 Kilometer zurückzulegen. Frage, wie viel Liter Benzin muss man vorsehen, um eine Strecke von 567 Kilometer zurückzulegen? Am einfachsten ist es hier, eine kleine Tabelle mit drei Zeilen und zwei Spalten zu erstellen. Das, was wir suchen, das heißt hier eine Anzahl Liter, gehört immer in der letzten Zelle. Also hier schreiben wir, wie viel Liter. Deshalb ist die zweite Spalte die Literspalte und die erste Spalte demzufolge die Kilometer. Jetzt überprüfen wir, was angegeben wird und auch nochmal, was gefragt wird. Ein Auto braucht im Durchschnitt 9 Liter, 9 Liter, um 100 Kilometer zurückzulegen. 9 Liter, um 100 Kilometer zurückzulegen. Wie viel Liter Benzin, wie viel Liter Benzin, muss man vorsehen, um eine Strecke von 567 Kilometer zurückzulegen. Wie viel Liter, um 567 Kilometer zurückzulegen. So füllen wir diese kleine Tabelle also aus und durch die erste Angabe gelangen wir zur dritten, indem wir über die Einheit gehen. Also hier tragen wir ein, ein Kilometer. Um von 100 Kilometer auf ein Kilometer zu kommen, müssen wir durch 100 teilen. Deshalb wird auch an der anderen Seite durch 100 geteilt und 9 geteilt durch 100, das macht neunhundertstel Liter. Also, um einen Kilometer zurückzulegen, brauchen wir 0,09 Liter. Um jetzt von 1 zu 567 zu gelangen, müssen wir multiplizieren mit 567. Dann müssen wir das auch an der anderen Seite machen und 9 hundertstel mal 567, das ergibt als Endantwort 51,03 Liter. Also wissen wir, um diese Strecke zurückzulegen, braucht dieses Auto so viel Liter. Wir beantworten die gestellte Frage immer mit einem Endsatz, um 567 Kilometer zurückzulegen, muss man also 51,03 Liter Benzin vorsehen.